Kubicki für Nord Stream 2 Öffnung. Lindner plant mehr Entlastungen. Und 6,5% mehr Ausgaben für Sozialhilfe. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 19. August. Bessere Gasversorgung mit Nord Stream 2, dafür hat sich FDP-Vize Wolfgang Kubicki ausgesprochen. Diese sollte man schleunigst öffnen, um unsere Gasspeicher für den Winter zu füllen, sagte er dem RND. Wenn Russlands Präsident Wladimir Putin dann doch nicht mehr Gas liefere, habe Deutschland nichts verloren. Die angekündigte temporäre Mehrwertsteuersenkung auf Gas trifft in der Wirtschaft auf ein überwiegend positives Echo. Sie sei ein erstes gutes Signal, sagte der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Dirk Jandura. Mit der Senkung werde die Inflation durch die Gasumlage nicht noch weiter angeheizt. Gegenwind für die Mehrwertsteuersenkung auf Gas vom Bundesverband der Deutschen Industrie Gas zu sparen bleibt wichtig. Die Entlastung durch die angekündigte niedrigere Mehrwertsteuer geht an den Unternehmen vorbei, denn Unternehmen zahlen keine Mehrwertsteuer, sagte Vize-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. Lösch forderte stattdessen, die Bundesregierung sollte die Höhe der Umlage senken und die Dauer der Erhebung zeitlich strecken. Kommt bald das dritte Entlastungspaket? Bundesfinanzminister Christian Lindner hält solch ein Paket im unteren zweistelligen Milliardenbetrag für erreichbar. In der Rheinischen Post nannte er drei Prioritäten. Bürgergeld und Wohngeld würden den Bedürftigen helfen, der Inflationsausgleich gegen die kalte Steuerprogression schütze die arbeitende Mitte. Für die energieintensiven Unternehmen werde es gezielte Wirtschaftshilfen geben müssen, sagte der Finanzminister. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ruft trotz der Fortschritte beim Befüllen der Gasspeicher dazu auf dringend weiter Gas zu sparen. Man könne sich nicht allein auf die Speicher verlassen, sagte er bei Maybrit Illner. Die alleine würden uns nicht durch einen Winter durchtragen, wenn es besonders kalt wird oder Putin das Gas komplett abdrehen sollte, betonte er. Zweiter Booster ab 60 und ab 5 Jahren. Das empfiehlt die Ständige Impfkommission offiziell auf ihrer Webseite. Menschen in diesen Altersgruppen mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung sollten einen weiteren Booster erhalten. Krankschreibung auch nach der Pandemie per Telefon. So lautet die Forderung der Verbraucherzentralen. Dies kann ein Stück weit bürokratischen Aufwand verringern, Patienten und Patientinnen Wege zur Arztpraxis ersparen und Zeitgewinn bedeuten, sagte die Chefin des Bundesverbands, Ramona Popp. Verbraucherschützer klagen über eine wachsende Zahl von versteckten Preiserhöhungen bei Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Immer öfter gibt es Beschwerden über schrumpfende Packungsgrößen bei gleichbleibenden oder sogar steigenden Preisen, sagte Lebensmittelexperte Armin Walet. Betroffen seien Produkte von der Margarine über Süßwaren bis hin zur Tiefkühlpizza. Apple hat vor gravierenden Sicherheitslücken bei iPhone, iPad und Mac gewarnt, wodurch Hacker potenziell die totale Kontrolle über die Geräte übernehmen könnten. Man wisse auch um einen Bericht, wonach dieses Problem aktiv ausgenutzt worden sein könnte, teilte der US-Konzern mit. Sicherheitsexperten rieten zu einer Software-Aktualisierung. Betroffen seien die iPhones 6, S und spätere Modelle, iPad-Modelle ab der fünften Generation, alle iPad Pro-Modelle, das iPad Air 2 sowie Mac-Computer mit macOS Monterey. Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juni erstmals wieder einen Umsatz auf dem Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Vor allem durch deutliche Preissteigerungen hatten die Wirte und Hoteliers wieder so viel Geld in den Kassen wie zuletzt im Februar 2020, berichtete das Statistische Bundesamt. Erneut gestiegene Ausgaben für Sozialhilfe im vergangenen Jahr Mit 15,3 Milliarden Euro netto gaben die Träger 6,5 Prozent mehr für Leistungen nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuchs aus, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mehr als die Hälfte entfiel auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 8,1 Milliarden Euro, das waren 7,6 Prozent mehr als 2020. Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Hertha auswärts auf Borussia Mönchengladbach. Das Spiel beginnt am Freitag um 19 Uhr 30. Union Berlin spielt vor heimischer Kulisse gegen RB Leipzig. Das Spiel beginnt am Samstag um 18 Uhr 30. Und nun zum Wetter. Die Nacht zum Samstag zeigt sich dicht bewölkt, aber trocken, bei Tiefstemperaturen von 18 Grad. Am Samstag bleibt der Himmel bedeckt und die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad. Der Sonntag zeigt sich nur teilweise bewölkt und trocken bei Höchsttemperaturen von 26 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017